Nur so Just for the Lulz, Gerendet muss ich nochmal lernen. Ja. Guten Abend und herzlich willkommen, meine lieben Kartöffelchen und Sepplinge natürlich. Zu einer neuen Runde. Garden Warfare 2 mit den Sepps, Kaddi und Fa... Tschüss, Tabi, hallo. Oh, ich hab den noch nie gespielt, oh. Super, das wird ja schon bestimmt voll super werden. Hab so, bla 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 bla. Also, ich hab B ist hier ein bisschen blöd zu verteidigen, ich hab wir gehen lieber mal zu A. Ja, weil hier könnt ihr von allen Seiten drankommen. Ja, weil, nee, hier sind sie immer erhöht, das ist das, was ich auch so problematisch finde. Oh, hört mal, man macht sogar Fußstapfengeräusche auf dem Ohr, ist das schön hier. Auf dem Ohr, ist das schön hier? Auf dem Schnee. Voll toll, was mach ich mit der 3? Ah. Plötzlich steht sie einfach neben mir, ah, okay. Kann ich damit auch irgendwo hoch? Oh, ich kann fliegen. Oh man, das wird ja was werden, ja. Das ist voll toll. Hey, wie hast du das gemacht? Ja, wenn du ranzoomst, also so hast du Nahkampfschlag, ohne ranzoom. Ach so. Und beim ranzoomen. Oh, das ist ja voll imba. Ein durchgehender Pflanzenstrahl. Ich gehe da mal zu den Pflanzen. Hui. Okay, wir machen dich fertig. Ich würde sagen, verteidigen wir. Einen habe ich. Du musst mal gucken, dass du überhitzt, Kaddi, und da musst du mal auf seine Reaktion achten. Bin ganz schön überhitzt, aber ich habe nicht gemerkt, was er gemacht hat. Er guckt sich dann so auf die Hand, so. Au, ah, ah, heiß. Oh, hier. Oh, da bin ich dran vorbeigeknallt. Das ist die perfekte Welle. Okay. Gott. Fabi macht das richtig Spaß hier mit uns beiden. Ich merke schon. Guck mal, da kannst du dir Haare splitten lassen. Also wenn du mal Spliss hast oder sowas. Hier, Splitten Hairs. Mit einer Achse in der Mitte. Das ist auf jeden Fall sehr beruhigend. Ja, klar. Ich meine, wie lässt du denn die Haare kürzen? Mal kaputte Haarspitzen geht es da einfach hierher. Ich boxe dich. Die Axt im Haus erspart den Friseur. Ja. Meine Erbse. Ich verprügel die alle. Ja, jetzt hat er sich gerade beschwert. Ah. Ah. Seid ja nicht alle hier auf derselben Seite. Guck mal, dass ihr lieber noch irgendwas da hinten verteidigt. Nicht ersticken. Da kommt nämlich von der anderen Seite nämlich auch noch welche. Hier, pass auf. Kamiami. Ha. Hier, so ein richtiger Kinnhaken. Da geht dir nichts mehr. Ein rechter und ein linker. Müsstest du ein Messer verteilen. Ich, äh, naja. Da hinten. Nein. Ach, 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 da hinten. Man sieht sie einfach so von links da rechts laufen. Ich, äh, da hinten. Ach, nee. Ach, nee, doch nicht. Da war ja gar nichts. Da hat er dann vorne. Keine Heuchnupfenzeit. Keine Schaden am Grabstein. Okay, wir dürfen keinen Schaden am Grabstein. Deswegen würde ich jetzt mal gescheit verteidigen. Okay. Einmal im Leben. Pusseblume. Oh, Hilfe. Willi hört sich nicht vertrauenserwecken an. Er kommt mit Pusseblume, die brennt. Oh Gott. Oha. Ja, die, ich, ich mache Feuer, Schaden. Boah, hier, die Pusseblume, die halten gar nichts aus. Ja, aber die explodieren ja auch im Nahkampf, deswegen. Echt? Hm, die sind im Suizid. Die haben ja gar keinen Schaden. Ach, achso, nur weil ich sie vorher nicht töte. Ja, genau. Okay. Ich bin jetzt jetzt gerade welche am Rücken gespürt. Ich hab das schon öfter gespürt hier. Oh Gott. Vor allem, die machen dann so ein Pssssss. Er ist quasi ein Creeper, ja. Das ist eine reine Pusse. Ich hasse ein Creeper. Ist aber auch keine so. Irgendwie sind wir noch zwei. Eine. Keine. Jawoll. Jawoll. Ey. 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 Jetzt müsste die Boxwelle kommen, glaube ich. Was? Oha, ich, ich, ich reite jetzt auf der Kuh. Nein, doch nicht. Aua. Ne, doch, keine Boxwelle. Da rei die jetzt. Wo denn dahinten? Wir spielen aus dem gerade auf einfacher, nicht auf normal. Er hat das eingestellt. Oh. Nein. Das wurde umgestellt. Nein, das wurde umgestellt, so. Oh Gott. Ich mach das nur am Schadensmultiplikator. Aber das sollte eigentlich, glaube ich, 1,25 sein. Bei mir ist es 1,25, aber das fliegt nur daran, weil ich halt mehr IP als schon hatte. Oh, mein Timer sagt mir gerade, dass ich nur noch fünf Minuten Spielzeit habe. Das könnte in der Tat ein bisschen knapp werden. Ja, weil der Fabi ist nämlich so begeistert von dem Spiel, als er es kaum erwarten konnte. Also, falls ich euch mit dem drin verlasse. Aber Fabi, ich will, dass du weißt, dass du immer in unserem Herzen bleibst. Wir werden dich ehren. Ich muss jetzt schon raus, schnell. Dann ist deine Rosie. Rosie. Skandal. Hallo, Rosie. Hey, das hab ich gestern schon gebracht. Nee. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, zum Zeitpunkt, wo die Folge kommt vor, vor, vor gestern. Letzten Sonntag. Was, Welle? Zum Zeitpunkt gestern, zu der sie heute kommt, weil gestern war fast Nacht. Heute ist der Tag vor übermorgen, also gestern. Nee, heute ist jetzt aber jetzt schon Nacht. Gestern war fast Nacht. Aha. Gestern Morgen war aber nur fast Nacht. An welcher Maschine drehen? Rote Knöpfe. Brandblume. Superbohne. Besser kann es ja nicht werden. Doch, noch eine Superbohne. Oh, schade. Guck mal, ich rauche. Oh. Ich glaube, deine Socken qualmen. Okay, ich kümmere mich um die Bohne. Komm her, Bohne. Okay, dann haben wir damit schon nichts zu tun. Wo sind die Bohne? Ohne? Böhnchen. Denn, wie ihr wisst, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ah, ja. Wo das Tönchen dann rauskommt, das sei jetzt mal dahingestellt. Der ist irgendwie cool, der Typ. Mit seiner Elvis-Locke. Super Brains. Wow, stimmt. Der Strahl, ja. Da war ja was. Kamehameha. Oh, 120 Schaden macht der Scheiß. Ah, kack dir. Ja, ja. Hab sie. Sehr gut, ich hau mal von hinten auf die Blume. Ich dreh mich. Ich mich auf. 300 Schaden macht die Rakete da drauf. Äh. Hab ich. Level 2. Wo ist der Bohnenmann? Links kommt der Bohnenmann. Da ist der Bohnenmann. Ja. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Haha. Oh Gott. Oh, 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 Erbsen. Kanone. Kanonenärbse. Ja, ist das Ding nochmal? Erbsenwerfer. Oh, oh. Erbsenwerfer. Erbsenwerfer. Welche Anwandlungen. Oh, ein, 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 ein Kürbis hätte ich als gedacht. Ein Kaktus. Abseh. Oh Gott. Ich stehe direkt neben Fabi. Da. Hab ihr das gesessen? Oh, da. Oh, da. Ich feier das so. Achtung. 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 Irgendwie treffe ich sie, aber ich bekomme keinen Schaden mehr angezeigt. Oh Gott. Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mit dem kommt man ganz gut aus dieser, äh, aus, aus der, aus der Treppe, aus der Hitbox mit dem, ähm, Superhelden Typen. Ja, mit der 3, ne? Ja. Ja. Oder in die Hitbox rein, das kannst du auch schaffen. Aber ich denke mal, jetzt darfst du mich gleich verabschieden. Oh nein. Aber ich möchte, dass du weißt. Dass du, okay, reicht jetzt. Wäre nett, wenn sie mich, wenn sie mich die Runde noch zu Ende spielen lassen. Eine Minute ist verbleibende Spielzeit. Oh Gott. Ich glaube, das wird jetzt knapp. Nein. Ja, äh, Adrian. Wir sehen uns an den fertigen. Satan. Das ist ja dann schon morgen. Hä? Nee. Nee. Doch. Nee. Doch, Willi, du musst dich in den Tag reindenken, an dem das Video kommt. Ja, am Dienstag. Okay, bei mir ist es am Mittwoch. Oh. Okay. Dann, äh. Also, das ist ja gerade für den Videospeckerlachen. Da könnt ihr ja wenigstens als Ziege nachladen, äh. Das geht unter Beschiss. Hallo, ich bin rot und rosig und Rosi ist da. Du wurdest erledigt. Gar nicht wahr. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich bin eh von tot. Oh, Rose, von hinten. Ich bräuchte hier Hilfe beim Grabstein. Kommt, kommt. Wenn diese blöde Kaddi sich mal nicht mehr in den Weg stellen würde, wenn ich meine Sachen abschieße, dann wären die alle tot gewesen, ne? Ja, ja, ja. Und macht's gut. Nein. Komm, wir haben ja. Tut mir leid, ich bin weg. Und er ist weg. Weg. Ja, meine Spielzeit. Und wir sind wieder allein, allein. Meine Spielzeit wurde soeben entfernt. Ah. Sie wurde entfernt. Ich mach hier mal so einen... Ich habe die Testversion abgeschlossen, Stitter. Oh, Fabi, dass die Testversion bestanden. Dabei warst du noch gar nicht fertig. Genau. Beschiss. Ich finde, ich sollte noch ausgiebiger testen dürfen. Ja, du kannst... Du kannst ja mal eine E-Mail hinschreiben. Ja, behinderten. Ja, ich... Ich finde, ich... Ich war doch überhaupt nicht testbereit. Ich habe ja nicht jeden Aspekt genau unter die Lupe genommen. Skandal um Eberhard. Gandalf? Ich habe auch Gandalf verstanden. Skandalf um Eberhard. Ah, Ziege, 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 Ziege. Geslote Ziege. Hehehe. Warum, warum? Ich will was machen. Hallo? Hallo? Ich kann nichts machen. Ich habe Rosi. Ich habe Erbsi. Erbsi zählt nicht. Das ist noch eine Rosi. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Rosi. Anderes Rosi ist doofes Rosi. Holland. Hast du Holland gesagt? Holland. Ich sollte eher Frankreich sagen, weil die jetzt gleich die weiße Fahne hissen. Oh ho ho. Level 4. Hi. Mit dem Lockenwollkopf. Lockenwollkopf? Was ist denn ein Lockenwollkopf bei dir? Elvis lebt. Ja, genau. Elvis lebt. Ach so. Ist gerade der Begriff Elvis tolle nicht eingefallen. Tolle. Bah. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ja, hier. Das ist nicht so tolle. Psst. Psst. Hey. Nicht aggressiv werden, sonst werde ich mal aggressiv. Hehehe. 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 Okay, wo? Links. Ich gehe nach links. Ich gehe nach rechts. Über die rechte Flanke. Der Ball kommt durch die Mitte. Und door. Door. Abseits. Och nö. Oh nein, bei mir sind ganz viele Pflanzen. Das hat eher was von Football anstatt. Nee, Rugby ist das, wo die sich aufeinander stürzen dürfen, ne? Wo die sich aufeinander stürzen dürfen. Weil keine von den Sachen irgendwie großartig gewollt. Drück auf den Haufen. Drück auf den Haufen. Oh, endlich. Und treten. War, verliebe nachtreten. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Keine K.O. Kürbis fehlgeschlagen. Toll. Warte mal, ich lasse mich selber wiederbeleben. Hier. Anders haben wir nämlich gleich Arschkürbis in der Mitte. Arschkürbis? Oh. Der Kadi, ey. Wir haben Worte raus in dem Spiel, ey. Ihr denkt immer an Ärsche und Kürbisse und beides gleichzeitig. Ich bin schon wieder tot. Heil mich. Heil um. Das ist gerade nicht so einfach. Ich bin auch gleich tot. Du musst etwas defensiver spielen. Au, au, au. Ich stehe doch schon in der Base. Ich habe mir nur noch zwei in WC Leben. Meine Güte. Was geht denn mit denen? Oh, guck mal, da oben der Elch. Oh, lol. Was? Ja. Die Verbindung zu den EA-Servern wurde getrennt. Was? Ja, gut. Damit endet dann die Folge hier nach einer führenden Stunde. Nein. Doch. Wenn ihr wissen wollt, ob der Willi das noch hinbekommt, dann müsst ihr unbedingt noch bei ihm auf dem Kanal vorbeigucken. Ich klinke mich jetzt an dem Teil der Folge aus. Ja, so dich. Ich habe dich auch lieb. Oh, nein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Tschau, Lee. Oh, junge Leute, wir machen die jetzt. Oh, oh, oh. Ich dachte gerade erst mal ein Spiel da abgespielt und dann kam auf einmal die Verbindung und ist weg. Alter, ich mache die alle weg. Alle einzeln. So, nächster bitte. Das passt aber sogar ganz gut. Das ist die Folge nicht so lang. Wo denn? Alter. Ich... Ich... Dann kann ich jetzt auch schon mal schneiden. Danke. Schnell, Willi, nehmt ihr noch fleißig weiter auf. Willi, Willi, Willi. Er ist da hier gleich tot. Nein. Aber echt. So schnell gehe ich nicht baden. Ihr Warmduscher. Jetzt aber mal nötig. Das riecht man ja bis hier. Oh, du fliegelst eine Chilibohne an mir vorbei. Hilfe. Das ist eine faulige Kartoffel. Die hat schon Fell angesetzt. Hallo? Seit wann hat eine Chilibohne Fell? Kartoffel. Ja, ist mir schon klar. Aber es war eine Chilibohne. Wie lange noch rumliegen? Oh. Ihr seid ja eine schlimmer als die andere hier. Welle abgeschlossen. Wow. Warte jetzt. Welche Welle war das denn jetzt überhaupt? Hilfe. Ich war ja mal gar nicht so schlecht damit, dass ich einfach nur einfach auskriege. Also es wird 6 oder 7 gewesen sein. Ach, zweiter Bosswelle. Zweiter Bosswelle. Ich habe noch die Hälfte an Leben in dem Ding. Oh, ich kriege einen Knorri. Und ganz viele zusätzliche Pflanzen. Und einen Diamanten. Geil. Oh. Toll, jetzt bin ich draußen. Jetzt kommt der Diamant. Bosswelle. Wo sind die Knorris? Da hinten ist Knorri. Okay, das schaffen wir. Natürlich schaffen wir das. Die dreckige Lache. Kavi sagt es ja ungewaschen. Sag ich ja. Komm, ja. Das habe ich ja gesagt. Aber mir traut es niemand. Oh Gott, da ist Knorri. Da ist er ja schon. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Ich weiß noch nicht, was los ist, aber ich sage einfach mal oh oh. Oh oh, ja. Also einen Wiederbeleber habe ich noch. Ja, ja. Das ist ganz eng. Willi schraubt gerade Haarscharfe am Tod vorbei. Er ist tot in 5. 4. Also was kann der denn? 3. 2. 1. Gibt er denn jetzt mal langsam. Nein. Du musst dich doch. Ich habe es genau abgezählt. Oh, ich habe noch einen Team wiederbeleber. Einen neuen Versuch. Du musst aber die ganze Welt von vorne anfangen. Nein. Doch, muss ich scheiße. Das schaffe ich noch. Diese Hexe, die kann ich da, ey. Okay, ich bleibe jetzt hier oben auf dem Dach. Und stelle mir hier so ein Verteidigungsding hin. Der Karlsson vom Dach? Mr. Electro schreibe ich mir hier hin. Äh, stelle ich mir hier hin. Und hier stelle ich mir so eine Verteidigungsstation hin. Mr. Electro, los. Wer ist denn Mr. Electro? Willst du gar nicht wissen. Jetzt erst recht. Alter, diese scheiß Sonnenblumen, ne? Ich hasse sie ja schon, wenn Kadi sie spielt, ne? Pass so hoch. Ja, danke für das Kompliment. Lasst mich hier hoch. Ich glaube, Willi ist gerade ja dezent am Sterben. Nein, überhaupt nicht. Ganz dezent. Ganz heilig, still und leise. Dead's end. Wenn jetzt bloß kein Schnapper kommt und mich hier dumm von der Seite anwedelt, dann funktioniert das... Seit wann wäre denn ein Schnapper? Oh, lol. Da ist Knorri. Der alte, knorrige Baum, der... Lass mich doch los. Aber wenn er sich doch so lieb hat... Nein. Hau doch endlich mal die Kartoffel um. Aber echt. Ich glaube, wenn sie doch eh pflanzen. Ihr seid so herzlos. Ihr seid so herzlos. Scheiße, mein Grabstein. Meine Grabsteigungszeit. Stirb dahin. Eine Grabsteingesundheit stirbt dahin. Oh, oh, oh. Das kann ich nicht schaffen. Das tut mir sehr leid. Oh, oh. Oh je, ade. Auf Wiedersehen. Oder vielleicht doch. Nein. Da brauche ich jetzt aber ein bisschen Glück. Nein. Gib mir doch ein kleines bisschen Glück. Wir hören die Kartoffel. Hört sich an wie nach einem Schlagabstein. Das ist kaputt. Glaube ich. Ich glaube, der Grabstein ist gerade zerbrochen. Ein bisschen Glück. Für die Kartoffel. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Freude. Ein bisschen Schinken auf meinen Wegen. Ihhh. Ihhh. Ähm. Der Grabstein lebt ja noch. Ich sag ja. Es lebt. Warte, jetzt gab's hier aber das große Battle, sag ich mal. Oh, lol. Da ist Knorri. Hallo, Knorri. Nein. Diesmal saugst du mich nicht ein. Ach, Knorri wird geheilt auch von den Blumen. Na klar. Boah, ist das so ein Schiss, Alter. Ja, nein, Baum. Baum sind Pflanzen. Jetzt habe ich verloren. Wir sind Freunde. Kein Futter. Ah, shit. Ade. Und warum? Was lernen wir daraus? Genau, weil die selbst natürlich wieder rausgehen müssen. Ne? Was? Fabi, Fabi, ich habe einen Disconnect gehabt, ja. Okay, dann auch mal von meiner Seite aus. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir spielen, denke ich mal, dann im nächsten Part eine Runde Multiplayer. Und wenn nicht, dann sehen wir uns trotzdem wieder. Schau, schau. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss. Juhu. Da musste ich mich alleine weiterhin durch die unendlichen frostigen Weiten der kleinen Schneestadt kämpfen. Und habe natürlich verloren. Warum? Weil die selbst wieder rausgehen mussten. Nein, natürlich nicht. Es lag natürlich an meiner Inkompetenz. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis dann. 2. 6,6,5,5. Untertitelung des ZDF, 2020